Ich merke, dass wir viele, viele weniger und viele große und kleine Fehler und vielleicht Mangel für nächstes Mal überwinden müssen. Aber dieses Mal bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben. Wir sind heute hier zusammen. Wir waren gestern auch zusammen und vorgestern. Wir haben immer etwas sehr Schönes erlebt und dann hoffe ich, dass wir zusammen einen Raum aufbauen für dieses Festival. Da brauchen wir ein Team, wir brauchen wirklich viele Leute, die Lust haben dazu, dass wir vielleicht Leute für die bildende Kunst und für Musik und dass wir uns ein bisschen hier die Arbeit teilen. Und ich glaube, da hätte eine Zukunft in Berlin dieses Festival. Ich bedanke mich bei allen Kunstwerken, bis alle hier, die heute hier sind, haben auf der Bühne etwas gemacht und getan.